Guck mal da. So, dann starten wir direkt weiter mit Sophie Doll, würde ich sagen. Viel Spaß, macht mal ein bisschen Lärm. Hoffentlich geht noch ein bisschen lauter. Ein dickens fett Applaus hier. Ein dickens fett Applaus hier. Ein dickens fett Applaus hier. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020